Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und heute wollen wir uns gemeinsam die Titanfall Collector's Edition anschauen. Ich konnte heute Morgen wirklich meinen Augen nicht trauen, als der Paketbote dieses riesige Paket vorbeibrachte, was so gefühlten Meter mal Meter groß war und was so gerade eben noch auf den Unboxing-Tisch passte. Es gibt eben eine Collector's Edition für die Xbox One und für den PC, die sind aber inhaltlich komplett gleich, bis natürlich auch die Tatsache, dass das jeweilige Spiel für das jeweilige System enthalten ist. Mit 299 Euro ist das Ganze natürlich kein Schnäppchen, aber dafür bekommt man natürlich auch ein riesiges Paket mit einem riesigen Inhalt in, das wir jetzt mal hineinschauen wollen. Und da ist natürlich das Highlight als erstes zu sehen, das ist dann eure exklusive nummerierte 45 cm große Titan-Statue. Die ist handgearbeitet, die besteht aus über 300 Einzelteilen, die ist halt irgendwie handbemalt, was weiß ich, die hat eine LED-Beleuchtung. Wir sehen hier an der Seite steckt noch drin so ein Poster und das Artworkbook, was auch wirklich dick und schwer ist und vorne vor liegt natürlich nochmal das Spiel. Ich habe mir gedacht, wir schauen uns aber zuerst mal die Statue an, weil das ist ja irgendwie so das A und O bei der ganzen Edition. Hier oben bei ist nochmal so ein Zertifikat, wo einfach drauf steht, welche nummerierte Variante oder Version ihr eben habt. Es gibt 35.000 Stück von der Collector's Edition. So, im Deckel sind da nochmal zwei Figuren untergebracht, also da ein bisschen aufpassen, dass ihr die nochmal herausnehmt und die werden gleich dann vorne montiert. Da kann man glaube ich schon ganz schön sehen, wie geil die gearbeitet sind. Also das ist jetzt nicht irgendwie mal so hingeschludert, sage ich jetzt mal, sondern ich habe schon mehrere Collector's Edition ausgepackt und ich habe auch schon mehrere Figuren gehabt, so Artwork-Sachen und solche Geschichten. Aber das hier ist echt ein ziemlicher Knaller. So, beim Auspacken ein bisschen vorsichtig sein, die Styropor-Packung schön ordentlich entfernen und dann kann man sich das gute Stück auch schon von nahen einmal etwas anschauen. So, da kann man sehen, ich habe die Beleuchtung mal eingeschaltet, das kommt natürlich jetzt hier mit Licht nicht ganz so gut rüber. Die leuchtet entweder in Rot oder in Blau und ich setze jetzt hier auch schon mal diese zusätzlichen Piloten mit ein. Ja, ich habe mal mehrere Videoaufnahmen gemacht und ich muss sagen, das kommt im Video und beim Film nicht ansatzweise so brutal groß und so brutal geil gearbeitet rüber, wie es dann wirklich ist. Also ich möchte jetzt keinen überreden, dass ihr sagt, boah, ich brauche jetzt auch eine von diesen 300 Euro Collector's Edition, aber zum Zeigen ist es wirklich großartig, finde ich. Also dann kann man mal richtig schön einen Blick drauf werfen, wie das alles gearbeitet ist. Ich habe so ein paar Close-Ups für euch aufgenommen, da könnt ihr mal sehen, wie viele Details das ganze Teil beinhaltet. Also es sind auch so kleine Gelenke dran, dass man so die Hände so ein bisschen bewegen kann und solche Geschichten und es sieht einfach großartig aus. Also anders kann ich es nicht beschreiben. Also wenn man es im Dunkeln anhat und dann nochmal so der Titan, wenn man die Beleuchtung anschaltet, da ist auf der Rückseite einfach so ein Knopf mit dran, wo er dann rot oder blau leuchtet. Und wie gesagt, da schimmert dann nochmal so auf die Waffe und das ist einfach, also es ist ein richtiger Hingucker. Wenn man so ein Fan von sowas ist, dann muss ich sagen, dann ist das hier, naja, ich will jetzt nicht sagen Pflichtkauf, aber es ist schon bombastisch. So, dann wollen wir uns mal noch die anderen Dinge anschauen. Das ist das Zertifikat, ich habe die Nummer 30.283, da frage ich mich gerade, wer hat die Nummer 1. Das ist natürlich das Spiel und dann gibt es hier noch so ein Poster mit so einer mechanischen Zeichnung von einem Atlas. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sich ein Poster an die Wand hängt, aber das Artworkbook, das macht schon einiges her. Das ist nicht gerade leicht und das beinhaltet wirklich 190 Seiten voller Konzeptentwürfe, da sind so Artworks drin, so handgezeichnete Sachen und solche Geschichten. Und da bin ich schon so ein Fan von, wenn man so ein bisschen so hinter die Kulissen schauen kann, wie die Entwickler, naja, halt die ersten Planungen gemacht haben, wie die ersten Zeichnungen entstanden ist, wie man sich das so vorgestellt hat, wie das später im Spiel ausschauen soll und so. Also das finde ich schon, ist mega geil, also wenn man Fan von einem Spiel ist, dann hat man mit so einem Artworkbook schon irgendwie eine tolle Sache, dass der riesige Titan wieder gebaut wurde, wird hier im Buch mit beschrieben und es gibt halt Seiten über Seiten mit Zeichnungen, Orte, Locations, Kreaturen, Charaktere und sowas. Und natürlich war dann auch mit neben Waffen und Fahrzeugen, war dann auch die Stelle mit dabei, die schon vor einiger Zeit mal in den News ein bisschen für Forio sorgte, dass es hier auch eben so Kreaturen im Spiel geben wird. Ja, wir können von mir aus auch noch einen Blick in das Spiel werfen, das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so spannend zum Unboxen, aber es gehört ein bisschen mit dazu. Es ist ein Zwei-Tage-Key für Xbox Live mit dabei, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn man Titanfall besitzt, dann will man ja vermutlich wesentlich mehr als zwei Tage oder zwei Monate da spielen. Also ich glaube ganz einfach, dass Respawn Entertainment hier ein fantastisches Spiel abliefern wird. Die Beta hat schon so dermaßen gerockt, dass ich mich jetzt absolut auf die Vollversion freue. Ich habe es auch schon für den PC heruntergeladen, ich kann mich jetzt quasi zeitgleich in die Xbox One und in die PC-Version stürzen. Ich hoffe, das heutige Unboxing-Video hat euch ein ganz kleines bisschen gefallen. Ich muss sagen, ich feiere das Ding hier einfach tierisch, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und haut rein!